Hallo zusammen, willkommen zurück. Hier ist Ann-Sophie und heute zeige ich euch einmal, wie ihr die Bildschirmbeleuchtung bei Euroma YP60 Pro einstellen könnt. Dafür gehen wir einmal in die Einstellung, gehen zu Anzeige und Helligkeit und dann hier Ruhezustand. Nach 30 Sekunden, da können wir sagen 15 Sekunden, eine Minute, zwei Minuten, fünf Minuten und zehn Minuten. Da könnt ihr jetzt nehmen, was ihr wollt. 15 Sekunden und 30 Sekunden finde ich immer ein bisschen kurz. Fünf Minuten und zehn Minuten finde ich immer ein bisschen lang. Also irgendwie so irgendwas dazwischen ist, glaube ich, immer ganz gut. Ich gehe jetzt hier mit zwei Minuten und ihr könnt da aber natürlich einstellen, was ihr wollt. Wenn ihr das dann ausgewählt habt, könnt ihr einfach zurückgehen und euer Telefon ganz normal weiter benutzen. Und dann wird halt, je nachdem, was ihr da jetzt eingestellt habt, nach gewisser Zeit euer Bildschirm dunkel und euer Telefon sperrt sich dann. Das ist also, wie ihr die Bildschirmbeleuchtungsdauer bei eurem Huawei YP60 Pro einrichten könnt. Ich hoffe, es hat euch geholfen, hoffe es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!